Daphne, ist Strom auf dem Zaun? Nein. Okay. Soll ich mit ihm nicht spazieren gehen? Wenn du magst, kurz. Aber du musst eh gleich los, Trixi, ne? So, dann kommt ihr beide mal. Dann geh sonst mit ihr direkt hinterher. Ne, ich muss doch die Box, ich muss doch noch rausholen. Ach so. Gut, mein Schwaste. Du hast immer einen gefummelt, den wir hier anziehen. Hesse, hast du die schon? Ne, ne? Ja, Daphne hat die. Ach so, ist ja klar. Die ganzen Papiere und Medikamente. Das hat Daphne.